Hallo meine lieben Freunde, was geht? Wir kommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Bewertet den Part und viel Spaß! Heiler, ich muss gerade erschrocken! Habe ich mich gerade erschrocken? Holy moly! Hey! Tschüss! Okay. Was ist das denn? Alles klar! Wir sind noch nicht nah dran, das heißt ich kann noch... Oh shit! Ich wollte doch gerade schießen! Der war doch eben noch da hier! Ich kann... Ich zeig mit dem Finger auf meinem Bildschirm. Alles klar! Ich zeige! Mit meinem Finger auf dem Bildschirm, um euch zu zeigen... Wo der Walker war! Dein Ernst? Er war da! Leute! Kommt hier noch einer? Nein, okay! Okay! Oh come on! Alles klar! Ja! Erstmal komplett über den... Ich bin in den Rand geböllert! Jo! Schon wieder! Äh... Okay! 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 Ich kann das sehen, dass wir hier von hier kommen. Ich denke, wir können das machen! Ich denke, wir können das machen! Nun, was warten wir uns? Los! 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 Komm, Ben! Nein! Können wir uns das nicht entscheiden? Doch können wir, okay. Ich lasse doch nicht einfach ihn sterben hier, ey, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, ihn zu retten. Das wäre dumm. Das wäre dumm. Einfach dumm. Christa? Alles okay? Oh, ich! Hold on. Ist er... ...müt? Christa, nicht! Bleib zurück! Ich sollte dich nicht verlassen. Entschuldigung! Christa, weg von ihm! Hey! Pack'n fertig? Wir haben ein paar Medizin! Gut. Ich könnte ein bisschen benutzen. Ich habe gerade gegrunzt beim Lachen, oder? Weht ihr? Okay, Kind? Du siehst schlecht, als ich. Wir haben fast nicht rausgekommen, wegen diesem Arschloch. Wir sollten ihn hinterlassen, aber wir hatten die Chance. Leute, was passiert da draußen? Ich werde jemanden erzählen. Ich habe Arbeit zu tun. Okay, mit ein wenig Glück, du solltest dich besser fühlen. Ich bleibe hier für ein paar Stunden, um ihn zu schauen. Ich weiß, ob du etwas brauchst. Danke, Doc. Ja. Vielen Dank. Vielleicht ist jetzt eine gute Zeit, für dich und ich, eine kleine Gespräche. In private. Hör mal, Mann. Was hat mit Brie passiert? Schau dich nicht auf dich auf. Es war nichts, was du getan hast. Sie hätte nicht bei der Tür stehen sollen. Ganz ehrlich. Wollt ihr die schlimmste Part? Was? Ich fühle mich nicht. Ich meine, ich fühle mich nicht genug. Ich sollte nicht auf die, was zu ihr passiert. Das ist wie ich war, als ich meine Daughter verloren habe. Als ich meine Freunde in den ersten paar Wochen verloren habe. Aber jetzt... Es ist wie, dass ich nur etwas wie das in den Weg genommen habe. Wie das ist, was unsere Welt ist jetzt. Und wir besser einfach daran haben. Was wolltest du mit mir sprechen? Ich weiß, dass du über Clementine interessierst. Jeder kann das sehen. Und ich weiß, dass du, was für sie besser ist. Aber dieser Plan von deinem? Werden alle auf einem Boot mit keinem Bestand? Glaubst du wirklich, dass das ihre beste Chance ist, zu finden, wo sie sicher ist? Weil ich nicht. Also, ich will dir einen Anbieter. Welchen Anbieter? Ich nehme sie aus deinen Handeln. Ich nehme sie zurück mit mir. Für meine Leute. Wir sind gut gefordert. Wir sind gut gefordert. Und wir haben viele Kinder von uns selbst. Und jetzt, Crawford hat fallen. Wir haben nichts mehr zu gefährden von ihnen. Sie wird sicher mit uns. Es ist sicherer, als sie wird, wenn sie mit dir bleibt. Ich versuche dich. Das ist das, was du willst für sie, nicht? Dass du sicher bist? Du bist mit mir mit viel. Werden. Ich muss es nachdenken. Natürlich. Geh dein Zeitpunkt. Aber ich möchte, dass du ein paar Dinge zu denken. Du bist ein guter Mann, Lee. Du hast diese Leute zu retten, wie du kannst. Und sie sind auf dich. Wahrscheinlich so. Aber es ist anders mit einem Kind. Du hast sie vielleicht so weit gebracht, aber später oder später, sie könnte dich für mehr, als du ihr ihr geben kannst. Ich bin sorry, dass das schwer zu hören ist. Aber es ist die Wahrheit. Ich empfehle dich, Vernon. Lass mich über das denken. Okay? Du mach das. Hey. Gehen wir irgendwo? Ja. Ich versuche nachdenken. Ich wollte nur bedenken. Ich wollte nur bedenken, für alles. Es hat Spaß gemacht. Also, das ist es? Nach dem alles, was wir haben, wirst du weg? Ja. Ich versuche, dass du mir nichts verdienst. Ich habe, was ich in Crawfurt. Und ich habe noch nie gewusst, wie das Wasser. Wo sollst du gehen? Ich weiß nicht. Ich versuche das, als ich da bin. Ich versuche die anderen. Ich versuche das, was du willst. Ich bin nicht wirklich großartig. Ich versuche die Clementine, sie wird okay sein. Du hast eine gute Idee, da. Sie erinnert mich von mir. Hey, Sweet Pea. Kenny's working on the boat. I know. What are we going to do, after he fixes it? Where will we go? Some place else. Some place better. Clem, honey. What's wrong? Is Ben going to be okay? He doesn't seem the same since he got back. Ben's a good kid. Ben's a good kid. I think he's just feeling guilty about some of the decisions he's made. He's getting a feeling like he's a burden on the rest of us. Before we leave tomorrow, will we have time to look for my parents? I'd like to, Clem. But I don't think we'll have time. We really shouldn't stay here any longer. It's not safe. Hey. Debt хотите? Hey. 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 Oh, Clementine? Leider, Vater. Clementine? 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 Oh, Gott. Was? Yes. 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 Sie sind verrückt? Was machst du hier? Es ist nicht sicher. Lee, wo ist Clementine? Sie ist nicht in der Runde. Vernon ist nicht in der Haus. Was ist passiert? Wer ist das Blut? Es ist meine. Oh mein Gott. Keine Weise. Keine Weise. Keine Zeit für mich. Hey, Clementine ist weg. Es gibt keine Chance, dass sie einfach auf seine eigene Gelegenheit hat? Nein. Keine Weise. Dann wer die Hände? Ich weiß nicht. Lass Nacht, Vernon kam zu mir und versuchte sie mit ihm. Ich sagte, dass sie besser wäre. Sonne von einem B****. Ich wusste, dass wir nicht das B****. Woher sie ist, ich muss sie finden. Okay. Was hast du von uns? Clementine ist meine Verantwortung. Ich habe keine Verantwortung für dich. Ich kann keine Verantwortung für deine Leben über das. Das ist etwas, was ich selbst tun muss. Wir alle verantworten für Clementine. Und in deinem Zustand, du darfst es nicht mit ihr in der Zeit. Sie braucht unsere Hilfe. All unserer Hilfe. Das stimmt. Ich kann nicht, dass du das alleine machen kannst. Also, das ist es gut. Wir suchen Clementine zusammen. Hell ja. Was sind wir für dich? Danke, Leute. Ich mag es, wirklich. Lee, Mann. Du weißt, dass ich mich über Clementine interessiere. Und ich bin ein Christian. Und ich stelle mich immer fragen. Wenn das mir war, was ich für dich? Für dich, um deine Leben auf die Linie zu stellen? Würdest du da sein, für mich? Weil es gibt viele Zeiten, wenn du nicht. Ich bin ein Christian. Kenny, ich bin hier. Ich kann das nicht alleine machen. Ich brauche deine Hilfe, bitte. Du kannst nicht auf die Schmerzen, Lee, aber ich habe. Und du hast mich über dich, mehr als deine Freunde. Na, vielleicht ist das eine gute Sache. Denn du bist auf deinem eigenen, auf dieser Seite. Was für dich, Ben? Ich weiß nicht. Was, was du denkst, ist das beste. Ich kann nicht das Entscheidungen für dich, Ben. Du musst dich selbst entscheiden. Du bist gut mit mir, Lee. Auch wenn es nicht einfach ist. Was ich tun, um mir zu helfen, kannst du auf mich beteiligen. Okay, Leute. Wir müssen uns finden Vernon, sehen, ob er sie hat. Wir gehen. Ich werde das Boot nach der Rive. Ich denke, dass ich dort warten kann, bis du zurückkriegst. Oder zumindest, bis die Nacht. Du kannst mich noch nicht nehmen? Einmal ein bisschen? Ja, wir werden uns entscheiden, was zu machen, wenn die Zeit kommt. Komm schon, Leute, wir gehen. Als ob er jetzt gebissen wurde. Okay. Okay. Where the hell are they? Looks like they got out of here in a hurry. Vernon, get out here. There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Huh. Ah. 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 Oh. Oh shit. Who is this? It's not Vernon if that's what you're thinking. Then you should really watch your tone. Clementine's fine, but if I were you, I'd choose my next words very carefully. The Walking Dead Episode 5. Die Zeit wird knapp. Alter Vater. 74% der Spieler haben ihn umgebracht, den kleinen Jungen. Auf dem Dachboden. Hippocratische Eid. Hast du Vernon belogen oder bedroht? Waren rational und auch richtig. Okay, cool. 66%. Allein zuhause. Hast du Clementine mitgenommen? Du und 73% der Spieler haben sie mitgenommen. Okay, cool. Wer ihm die Stunde schlägt? Hast du Ben in den Tod stürzen lassen? 66% haben ihn gerettet sogar. Cool. 80% haben ihm das gezeigt. Wer begleitet Lee? Kenny. Kenny begleitet uns nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass Kenny wirklich sich so gegen uns stellt. Aber er ist ja trotzdem noch für uns da. Er will uns ja trotzdem noch mit aufs Boot nehmen. Obwohl wir gebissen wurden, sag ich mal. Alter Vater, ey. Ist das schon... Ach, ne. Oh, ich hasse Credits. Nach jeder Episode. Oh. Klasse ist. Ja, alles klar, ey. Ich hoffe, ich habe sie mir mit Kenny halt nicht verscherzt oder so, wisst ihr? Ich hoffe, da ist noch alles fit, alles fresh, alles safe, so. Oh, man. So, Leute. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet ihr den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Na.